Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute spielen wir Castle Crashers. Wer, das sind die 4 Charaktere? Oder 5? Oder 10.000? Also Eis, Feuer, Erde. So, was haben wir denn hier? Gibt es hier auch Optionen oder sowas? Mach da Hilfe und Optionen. So wird gespielt, Steuerung, Einstellungen, Musik, Lautstärke, Geräusch, Effekte, Blut. Yeah, Blut ein. So, jetzt zurück. Okay. Ähm, natürlich lokales Spiel. Das auch. Hä? Castle Crashers, verschwundene Barbaren, Arena, Castle Crashers. So, da bin ich. Drücke mal A. Da bist du. Ich bin... Oho. So, ich bin... Also das ist Feuer, Eis, Elektri... Ich bin wieder Orang. Wie ich früher einmal war. Zack, Level 1. Ja, was ist? Party! Oh, da stört jemand die Party. Und tot. Egal, weiter Party. Oh, doch nicht. Oh, ich hab was. Oh, Frau Doktor. Frau Doktor. Willen Sie mir helfen? Hä? Strick doch Y. Hä? Bro? Schittender Y. Hä? Boah. Oh, Münzen. Ich kann dir mehr über die Fliegerkugel erzählen. Ja, flüstere doch nicht so, ich verstehe kein Wort. Stell dir das mit einer Tierkugel auf. 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 Anfreunde. Während sie dir... Jo, dir, jo. Noch ein Apfel. Ui. Ach. Riegen. Ja. Ein Birne. Ja, hüpfisch. Was hast du in deiner Hand? Ey, mein Schwert. Achso. Hey, hast du vergessen, wie man Gegenstände benutzt? Bla 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 bla. Rhabar. Ah, ich kann springen. Und ja. Wir drücken halten. Was? Ah, Gegenstände. Äh. Gegenstände. Ja. ZR drücken um Spitzangriff ein. Was? Hä? Hä? Guck mal! Ich bin zu Eis. Schwerer Angriff, leichter Angriff, springen. Ah, das ist nicht schlimm. Oh, was ist das? Niiiih. Ich leuchte. Das ist kein läuchterstrenne magie. Oh. Was? Leiste das gerade eben, ne? Ja, schlag! Uh! Knopf gedrückt. Ich weiß nicht. So. Föhne. Fretten. dann lasst uns mal die treppe hinauf blut und springt mir so komisch ich komme hinterher wenn ich hüpfe dann öfter aber ganz komisch den muss ich auch die ob sie oha was denn was stich mich für was so kann hier was auch entschuldigt ich habe ein schild such mich für was hast du auch ein schild ja wie benutze ich denn das kann man das überhaupt benutzen ja mit was l ich komme ich rette euch nur die haare voll über dem boden am schleifen aber auch laufen ich laufe doch noch gar nicht ich habe gesagt das war eine frage ob ich laufen kann da kommt was das da kommen welche proben so wie wird das immer mal hoha 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 voll der vorstand ja auch werfen und sie die mich runter so wie es denn hier hin wer ist denn der weiße achter gehört zu uns so hallo 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 ja guck mal da ist einer ah was ist denn hier ist das schlechte 32 euro er läuft doch nicht einfach weg was ist denn was ist denn hier hinten geht es auch weiter das ist ein schmied da liegt was was ist das vorwort war das gut hallo kann ich dir einfach anziehen das ist mein schwer warte mal 1000 das wie wärs mal mit y habe ich habe es ja an ups und was habe ich dafür abgelegt keine ahnung gar nichts wir sind alle schwert ah lollipop oh das ist gut das gibt es nämlich plus 2 oha das ist aber ein weiter weiter weg ah da gibt es hier auch ein ende hallo hier gibt es ende ah hier tut sich was komm mal hier tat sich was dann gehen wir mal wieder zurück ich habe jetzt gerade mal das gefühlte beste schwerst war das bloß 3 anklats von level 2 das sind die waffen die wir bisher gefunden haben oder was das ist level 1 warte mal ich geh mal hier zu dem schmiede oder auch nicht geh mal hier rein hallöschön hallöschön oder auch nicht hm ganz schön leer hier hallooo so viele monster gibt es hier gibt es was guck mal geh mal zurück da oben war was guck mal siehst du das da oben na hamster oder sowas hier ganz schön anschießen komisch merkwürdig so dann bald wieder zurück hier gibt es nichts da ist eine mülltonne egal gut warte mal geht es hier noch weiter ne ok und da oben gehören wir auch nicht rein oder ne kann man nicht ok warte warte wirst du das arena des königs wieso nein ne ne einfach mal rein gehen dauern warte war war ding wo feuer gegen eis wer wird gewinnen feuer gegen eis spoed am boden du hast den schlaghammer ich habe gewonnen